traumhaft schöne zwei zimmerwohnung 90 quadratmeter in der vollsanierung brenzlauer werk am friedrichshain super ruhige seitenstraße alles neu gemacht download in der kompletten diele und obwohl keine lichternis ist es trotzdem jetzt haben wir lichter jetzt sieht man die dauerlots normalen tag hell natürlich wir haben ordentliche kassettentüren angebracht für den stauraum die haben parkett fußboden im ersten ganzen wohnung in badmutzürch fliesen fußboden wir haben gespachtelte wände wir haben leichten stück oben angebracht damit ein bisschen gemütlicher wird ist zwar ein altbau von 1900 aber viele quasi salzer waren ja mit dem stück leider abgerissen aber wie gesagt gespachtelte wände parkett fußboden alles neu telefon anschluss kabel anschluss den haben wir gleich auf der anderen seite auch noch mal kabel anschluss genügend steckdosen hier haben wir die duschtür für die warte die neue badewanne die neue badewanne das auch schon da also die handwerker sind in dem rest arbeiten der wohnung jetzt kommen die große diele mit küche offen da ist noch eine kassettentür für den stauraum das ist eine kleine kammer dahinter alles gespachtelte wände parkett fußboden das ist der küchenbereich und hielenbereich da wäre der anschluss für die spüle wir haben hier eine gas etagenheizung die ist auch komplett neu neueste stand der technik natürlich auch im küchenbereich auch downloads vom allerfeinsten natürlich auch parkett fußboden sehr klar da sieht man aber den bereich jetzt kommen wir ins zweite zimmer natürlich auch parkett fußboden auch gespachtelte wände auch natürlich um so eine kleine schöne stück leiste angebracht bis mehr gemütlichkeit in das zimmer zu bringen was auch nicht so ganz wirkt die decke nicht ganz so hoch was wir hier haben jetzt auch ein ostbalkon das heißt morgens zum frühstück immer schön sonne ziemlich große wie gesagt ruhige seitenstraße brenzlauer berg am friedlich sein der friedlich sein mehr da hinten wie gesagt ostseite morgens sonne jetzt mal ein blick ins zimmer vom balkon aus sind 90 paratmetern sehr sehr groß schöne stückleiste angebracht zum wohnzimmer oder balkonzimmer haben natürlich den anschluss oder die elektronik für die heizung von fitzmann alles nagelläume jetzt kommen wir zurück in den offenen küchenbereich und die den bereich traumhaftes parkett wunderschön das wichtigste fehlt noch dass das wandbad wie gesagt gerade die warte war eine neue gekommen waren im duschbad riesige fliesen und ja schön hier haben wir die separaten dusche ebenerdig wohnung hat fahrstuhl haben wir ein kleines worte dran neue fenster die handwerke brauchen noch ein bisschen wir haben im bad haben auch fußbodenheizung das sind wir hier die elektronik das heißt wenn es im sommer mal kalt ist ein bisschen warum man keine keine ganze heizung an machen sondern nur die fußbodenheizung im bad drin und dann sind wir schon wieder im treppenhaus was auch saniert wurde das ganze haus komplett saniert und sagen wir uns zuerst mal, es kommt noch einmal an! und dann wisst ihr es mit den dissen vierten es geht schon mal an! dann kommt noch einmal an! und dann kommt noch ein bisschen